Wertvolle neue Einblicke und Erfahrungen sammeln. Einmal praktisch etwas machen und in Arbeitsbereichen von Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen reinschnuppern. Das ist die Basis der Zusammenarbeit von der Paul-Klee-Schule und der Allertal-Werkstatt der Lobetalarbeit. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, praktische Fähigkeiten im Bereich Gartenbau kennenzulernen, um gleichzeitig Einblicke in die Arbeit und den Herausforderungen zu erhalten. Unsere Mitarbeiter im Gartenbau sind überwältigt über das Engagement und die Begeisterung der SchülerInnen der Paul-Klee-Schule. In der Regel besuchen uns SchülerInnen der Klasse 10 bis 12. Sie sind beteiligt an den Projekten Bepflanzungen, Gestaltung von Außenanlagen und Durchführung von Gartenarbeiten wie dem Jäten und Haken. Ansprechpartner des Lobetaler Gartenbau, Jens Schöndube, trägt durch seinen theoretischen und praktischen Unterricht vor Ort dazu bei, den SchülerInnen ein besseres Verständnis für die Natur und die Umwelt zu erhalten, sowie ihnen wichtige praktische Fähigkeiten und Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Zusammenarbeit zu vermitteln. Diese Kooperation ist durch jahrelange Zusammenarbeit zwischen WFBM und der Paul-Klee-Schule zustande gekommen. Für beide Seiten ist diese Kooperation wertvoll, denn die SchülerInnen lernen die WFBM und ihre Arbeitsbereiche kennen und dies ist eine wichtige Erfahrung für die Auswahl anstehender Praktikas und auch der Übertritt der Schule in den Berufsbildungsbereich der Allertal-Werkstatt wird hierdurch erleichtert. Insgesamt ist die Kooperation mit Lehrer, SchülerInnen und Mitarbeitern der Lobetalarbeit für alle Seiten eine bereichernde Erfahrung, die allen sehr viel Spaß gemacht hat.